So, herzlich willkommen zu Pokémon Ultra-Sonne bei dir lieben Freunde. Ich mache hier nur kurz einen Zwischenstopp beim Spitznamenbewerter, denn ich habe endlich den perfekten Namen für Flash gefunden. Ich konnte mich ja bisher noch nicht auf einen festlegen, aber dann habe ich gelesen, dass seine Zähne vorne oder sein Kiefer besser gesagt eine Art Whale Gun darstellen soll. Und da er auch noch mit Elektrizität zu tun hat, gibt es eigentlich nur einen Namen, der hierfür für ihn passend ist. Von daher, Misaka ist und so werde ich es jetzt bis zum Ende des Let's Plays nennen. Okay, bis gleich. So, dann setzen wir hier unseren Weg fort. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens Misaka ein neues Item gegeben. Ich habe den Magneten mit einer Flinklau ausgetauscht, weil ich doch gemerkt habe, wenn ab und zu mal ich die Möglichkeit habe, schneller anzugreifen, klar, es ist glücksabhängig, der Magnet ist auf jeden Fall eine sichere Verstärkung, aber er bringt es mir doch, glaube ich, wesentlich mehr, weil ich dann diese ganzen Mikrotreffer, die ich dann und wann erhalte, vielleicht ein bisschen vermeiden kann, damit ich nicht ganz so oft teilen muss und nicht ganz so viel Schaden nehme. Okay, Citron. Das bedeutet, dass ich hier irgendwie einen Weg drumherum finde. Muss ich mal, Misaka ist hier völlig in Ordnung aufgestellt. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich das am besten hinstelle. Aber das ist nicht unbedingt ideal, allerdings ich glaube, es geht auch deutlich schlecht. Okay, gut, da zahlt die natürlich Schwebe aus und daher, super, machen wir das doch einfach. Sieht so merkwürdig aus, weil es irgendwie, weil die beiden anderen irgendwie auch schweben und die auch getroffen werden, aber... Wow, ich muss sagen, das ist echt eine gute Taktik. Wow, okay. Also die einzige Gegenseite, die mit H2O-Absorber, wenn wir da auf, das ist ja eine richtig krasse Doppelteam-Taktik. Ich meine, sowas wird bei dem... Äh, Doppelkampf-Taktik, sowas wird bei dem CP2 eher nicht sehen, weil, ja, es sei mal, dass er gesagt hat, ich ein Pokémon ist, aber trotzdem. Nicht schlecht, Konkrets, muss ich wirklich sagen. Das ist echt cool. Aber gut, äh, ich glaube, das müsste ich eigentlich hinbekommen. Aber ja, wenn wir gerade über das Thema reden, kann ich vielleicht so ein bisschen über die Tag-Nacht-Effekte reden. Und das ist kein kleines Thema, denn ich finde, dass man hier einen relativ großen Schritt nach vorne gemacht hat, was die Tag-Nacht-Effekte angeht. Und, äh, die... Der Grund ist, dass es... Man in der Umgebung eher das Gefühl hat, wirklich in einer Nacht... Oder, äh, in einer lokturnen Umgebung, besser gesagt, unterwegs zu sein. Äh, mag einem vielleicht banal vorkommen. Ja, aber wenn man sich mal die letzten Generationen anschaut, also, ich meine, in, äh, Gold und Silber war das relativ krass getrennt, sag ich mal. Da hat man wirklich das Gefühl gehabt... Hm, war ja nicht davor irgendjemand... Ah, okay. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Taint auch, weil, cool. Ähm, da hat das Ganze mehr oder weniger sehr stark danach gewirkt, als hätte man einfach nur eine dunkle Palette drübergelegt. Aber es sah sehr, sehr gut aus. Äh, auf der Band ist ein Pokémon-Sort ganz aufgelesene, äh, Bärenanpflanze. Genau, ich werde wahrscheinlich noch zum Pokémon-Resort gehen, solange er heute noch, naja, heute ist. Äh, weil ihr seht, ich hab ein paar Pazs auf Nacht aufgenommen. Ah, da ist derjenige, den ich davor gesehen habe. Oh, ne, ich möchte kämpfen. Ich tue mir mal kurz vorbei hier, Solid-Snaken, damit ich hier kurz ins Pokémon-Set er kann und mich aufweilen kann, damit ich mit Nonario und dann wieder bei frischen Kräften bin. Aber, ähm, ja. Aber es sah verdammt gut aus, einfach, weil man die Lichter bei den Fenstern so hell gemacht hat, was so wirklich das Gefühl hat, jetzt in einer hellbeleuchteten Stadt unterwegs zu sein. Das hat mit dem Dunkeln zusammen einen richtig epischen Kontrast ergeben. Über Generation 3 brauchen wir nicht reden, die hatten nämlich ja keine Tag- und Nacht-Effekte. Generation 4 hat es dann auch ziemlich schön gemacht, weil sie dann so eine gestufte Dunkelheit haben, statt, äh, dass es wie in Digimon Tamers war, dass man fragt, was kommt, und Reda-Mann sagt, die Nacht, und dann kommt einfach plötzlich eine, naja, die Nacht übereingeschossen. Bei dessen hatte man so Abstufungen, die, äh, praktisch, das immer wieder ein bisschen dunkler gemacht haben, oder ein bisschen heller. Fünf Stück insgesamt. Und es war relativ schön, sag ich mal, jedoch, finde ich, kam das Dunkle teilweise nicht ganz so gut zum Ausdruck, sag ich mal. Weil, auch da es nur so gewirkt hat, es hätte man den Screen ein bisschen dunkler gemacht. Es war dann hart, und so sind wir ein bisschen verbessert, und, oh, Sandern ist süß. Ähm, und dann ein bisschen verbessert, als man, jetzt muss ich, überlege ich gerade, ist das Teil noch Boden? Nee, eben nicht, weil, äh, da habe ich gerade mit mir gerungen, aber nee, es ist nicht mehr Boden. So viel, war ich mit so fast 50%iger, so Knuddeluft. Früher hätte ich einfach Citron reinschicken können, um das Ding zu erledigen. Aber, ja, Gamefuck dachte sich, hey, dieses rosa Ding hatte bisher nur einen Vorteil, nämlich, dass es von Kampfattacken sterben konnte. Also, sorgen wir auch dafür, dass es fehl ist, damit es nicht mehr durch Kampfattacken stirbt. Yay, Freude! Und von daher bin ich jetzt immer noch auf neutrale Treffer angewiesen. Aber ja, not good, so, Silbert war nämlich dann, ähm, ist zum einen ein bisschen dunkler gemacht, und zum anderen hat man dann unter anderem Lampen beispielsweise aufgestellt, die dann so ein, ich sag mal, gestuftes Feuer oder so eine gestufte Helligkeit dabei erschaffen haben, sodass das wirklich so gewirkt hat, als hätte man so eine Lampe mitten in der Dunkelheit aufgestellt und es sah wirklich sehr gut aus, muss ich sagen. Also, hat, äh, viel Spaß gemacht, mir das anzuschauen. So, ähm, ich glaube, selbst jetzt lohnt es sich nicht, Knirscher einzusetzen, falls ich überhaupt überlebe. Nee, verdammt. Ah, Mist, Mist, Mist. Ey, ihr merkt, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Training mit ihr, deswegen, habe ich auch gesagt, ich werde auf jeden Fall bis Level 35, 36 hoch trainieren, weil sie halt doch ziemlich viel Schaden nimmt, was natürlich auch an der fehlenden Geschwindigkeit liegt, deswegen habe ich sie, habe ich ja die Flinkklaue ausgetauscht, aber, ja, ähm, und dann in, sch, 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 weiß 2, habe ich eigentlich wirklich kaum noch Erinnerungen an den Tag-Nacht-Effekt. Also, ich glaube, das haben sie weder besonders gut noch besonders schlecht gemacht. Ich würde sagen, von den Helligkeitsabstufungen ein bisschen besser als Diamond Pearl und ein bisschen schlechter als Hot, Gold, Sol, Silver, so von dem, wo ich mich dran erinnere. Aber, ich sage mal, so in Generation 6 hat das mir wirklich gefallen. Ich finde das, da kamen die Tag- und Nacht-Effekte nicht wirklich gut rüber. Hier finde ich, kommen sie wesentlich besser rüber, was vielleicht daran liegt, dass es einfach mehr in diesem Naturambiente eingetaucht ist. Alola insgesamt wirkt wesentlich mehr, ich sage mal, oder, wirkt so, als wäre es wesentlich mehr Natur aufgebaut, als, nein, als jetzt Kalos, was natürlich auch geografisch deutlich Sinn ergibt, sage ich mal, bei der Insellandschaft. Aber, vielleicht kommen deswegen hier die Nachtpassagen besser zur Geltung. Ist zumindest etwas, was ich mir vorstellen könnte, aber, ja, das ist nur so am Rande. Vielleicht habt ihr da ja andere Erfahrungen gemacht. So. Hi, Stami. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Dann benutzt Frag Cesar. Äh, oder, halt nicht. Oder ein Pons. Ein Pons ist noch besser. Diese Stami hier, ein Pokémon der Kategorie mysteriös, ist mein Ein und Alles. Es ist völlig besessen, davon Wettbewerber auszutragen, bei denen man sich so lange anschaut, bis einer blinzeln muss. Ja, Jokes on you. Hey. Ich glaube, ich hätte sie meinen Stami einfach auf den Hals. Seit einer geschlagene Woche geht das jetzt schon so. Wow, willst du nicht mal was essen? Werde ich nach Hause, doch, solange es niemandem gelingt, Stami im Anstand zu besiegen, kann ich mir das wohl abschminken. Du stehst jetzt seit einer Woche ohne Essen und Trinken und Schlafen. Ist das jetzt dein Ernst? Logan ist cool. Ich werde all seine Videos schauen. Wow, du guckst genauso traurig wie er. Deabonnier ihn. Jetzt. Nein, das werde ich nicht. Star, Star. Ich kann deinen Triumphschrei langsam nicht mehr hören. Stami, lass es endlich gehen. Star. Was, das ist immer noch nicht genug. Irgendwann muss es noch ein Pokémon geben, das Stami schlagen kann. Ein Pokémon in der Attacke Spaß kann und du könntest Stami in einen Wimpernschlag zum Blinzen bringen, aber Lullopäer schon nur ganz wenige Pokémon in dieser Attacke. Da ist einfach alles nichts. Warum Spaßkanone? Ich nehme einfach mein Stami. Hättest du ihn auf den Hals oder können sie sich... Nein, nein, da können sie ein Duell-Battle-of-Anstark-Künstler machen, bis die Kühe nach Hause kommen. Das macht es doch nicht so umständlich. So. Und da heilen wir uns direkt mal auf. Ihr seht, hier ist so eine ganz, ganz kleine bewohnte Fläche. Nenn ich es fast. Ich würde nicht bewohnen, da ist ein Pokémon Center, daneben ist ein Wundwagen von der Afterform-Dation. Also hier tummelt sich ein bisschen, was? Milu. Quälerei, die Fähigkeit von Gasteller und Akrosteller sorgt dafür, dass die gegenvergiftete Pokémon stets Volltreffer landen. Fies, oder? Ich würde eher das Gift als Quälerei bezeichnen, als das andere. Wäre gut. So, kommen wir vielleicht nochmal 10 Stück hier. Bald kann ich wieder Goofer fangen, deswegen kann ich da ein bisschen großzügiger sein. diese Röbel von Team Skull machen immer so einen Raddaunen. Das alles nur, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Was für Kindsköpfe. Ja, ähm. Yo, mu, 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 ich rät bitte, ich komme mit dem Elixir. Yo, mu, 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 lass dich rüber füchsen, ich will Kummermilch füchsen, ich kann keine füchsen, yo. Yo, weißt, dass du einfach nur sagen musst, eine Kummermilch bitte, oder? Das bist du hier, yo, du bist nicht mein Bro. Kaffee hast nichts verloren, die wollen das was holen. Na, du hast es mir eine Läuers, wann musst du an mir vorbeuen. Hey, du bist bisher der beste Rapper von allen, sogar besser als dein Boss, also auf geht's. Oh. Hey, du hast sogar auf Oh gereimt. Du bist echt gut, du bist echt gut. So. Aber das soll nicht heißen, dass wir mit ihm nicht trotzdem kategorisch den Boden aufwischen werden. Ich glaube, da sind wir uns dann doch ziemlich einig. Ähm. Unratütogs. Oh, okay. Okay. Ich glaube, ich habe schon mal ein paar Unratütogs Unratütogs selber bei denen gesehen. Äh, wobei, gut, Unratütogs bei denen gesehen. Weil bei Pokémon ist die Einzahl und Mehrzahl die ja gesagt gleiche ein Unratütogs. Das Unratütogs, die Unratütogs. Also von daher, kein ganz so großes Problem. Mein Bräuchten, Sput, yo, bepletzt dir was, yo. Jetzt habe ich dich gerade gelohnt und jetzt reimst du yo auf yo. Das ist nicht sehr kreativ. Oh, mein Bräuchermord ist jetzt wieder in Battle Royale drin abgehen. Hey, yo, beim nächsten Mal schicke ich dich auf die Brüte. Kummermilch ist voll Lücke. Grum. Oh. Oh, mit Kummermilch ist es wie mit allen anderen. Wenn man nicht maßt, dann steckt es einem auf den Magen. Stimmt nicht, Kummermilch ist episch. Lasse davon aber nicht den Geschmackverdämmnis. Kummermilch geht aufs Haus. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wenn ich im Pokémon so oft mit Kummermilch aufheile, dass es dann irgendwie plötzlich Bauchschmerzen kriegt. Auch Pokémon trinken nur so viel wie ihn bekommt und hören rechtzeitig auf. Nein, genau das tun sie nicht, weil wenn sie das tun würden, dann würde ihnen dann das eintreten, dass sie ihnen irgendwie drei Tränke geben und das heißt, jo, da könntest du deinem Pokémon keinen Trank mehr geben, weil es ist jetzt satt. Ne. Sucks to be you. So, ich hole mir mal ein paar Pokéboden ab, wenn ich hier schon in der Gegend bin. Oh, ich hab heute schon ein Pokémon. Ups. Sorry. Du bist doch ein Pokémon-Trainer oder Interesse in einer Nebenbeschäftigung? Wenn ich deinen Job erledigen soll, dann nein, aber sag mal. Ich habe so nachher nach Tart zu einem Pokémon und habe es keiner krank. Dann such mal weiter, ne. Dann würde ich gerne das zwei Zfax und mir seinen Pokédex-Eintrag zeigst. Ja, wenn es sonst nichts ist, hast du vielleicht auch gerne Mewtwo und Zelebih und Megarei-Quaser oder wie schaut's aus? Weißt, ich hab gehört, dass man sie ja in der Heiner-Wüste findet, aber Pustekuchen. Ich bin zumindest leer ausgegangen. Ja, ich glaube, du hattest nicht die vertrauenswürdigsten Quellen. Komm wieder, wenn du eins gefangen hast, dann zeig ich dich für deine Mühen. Je nach Kaffee kann das gleiche Getränk schon mal ein wenig anders schmecken. Du scheinst nicht, mit Kaffee ist gut ausgegangen, das quellt mir, das schenke ich dir. Vielleicht, weil ich schon so viel noch gekauft habe. Keine Ahnung. Mit dem Pokémon Lola ist es wie mit Getränken. Interessante Analogieren, die ich noch gar nicht so gedacht hatte. Pokémon mit der Fähigkeit Musiva können die Fähigkeiten des Kampfunfähig gewordenen Mitschredders übernehmen. Pokémon mit der Fähigkeit Chemiekraft können die Fähigkeiten des Kampfunfähig gewordenen Mitschredders übernehmen. Ihr baut sehr auf den Tod eurer Teammitglieder. Kann das sein? Aber ja, ich nehme an, dass das Knackkrank erscheint, indem man dafür sorgt. Ich glaube, ich habe da im Wasser noch einen Schimmer. Ich schau gerade mal noch, um auf Nummer sicher zu gehen. Genau, habe ich gegen die da gekämpft? Nope. Ähm, indem man wahrscheinlich in der Heinerwüste einen Kaumalad holt und es ist Kaumalad dann um Hilfe ruft, um einen Knackkrank zu fangen. Ist auch eine gute Möglichkeit, um Sonne und Mond direkt auf Route 1 schon einen Brutalander auf Level 3 zu bekommen, was cool ist. Aber es ist sauschwer zu fangen. Zum einen, weil, naja, in der Wüste dürfte ein Sandsturm toben und ihr wisst, was das bei Knackkrank heißt. Es wird zu der Fusion von Jack Norris und Jesus ist damit ziemlich schwierig zu besiegen und auch nur zu schwächen. Und das andere ist, dass das Ding, glaube ich, die niedrigste Fangrate hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie bei 3 liegt, aber sie ist relativ niedrig. Und damit ist es sauschwierig zu fangen. Ist übrigens auch bei Tarnel, so Tarnel hat auch eine Fangrate von 3, also ist die genauso niedrig wie die von Mewtwo. Und das ist schon echt heftig. Und das wissen alle, die versucht haben, in Generation 4 in Tarnel in der Wüste zu chainen. Ja, das war nicht unbedingt vorteilhaft. Route 16, Stille pur. Ja, es hört sich wirklich schön an. Ich glaube, die Route 15 habe ich dann soweit abgeschlossen. Wenn ich das nicht überblicken kann, aber bevor wir weitergehen, schauen wir uns hier noch um. Ich frage mich, ob sich dieser fein angezogene Mantags-Surfer-Leber auf Toheido oder auf Mantags durchs Wasser bewegt. Äh, keine Ahnung. Aber ich glaube, tatsächlich Toheido dürfte im Mantags-Surfen ein bisschen schwieriger sein. Also der dürfte wirklich Hartmode sein, so schnell wie der ist. Der Fall ist klar. Die Flecken meines Pandis sind eindeutig am fleckigsten. You serious? Sieh, 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 Also, wenn man davon abzieht, dass die Aussage erst der Gefleckteste komplett sinnlos ist, so ist das gar nicht mal so aus der Luft gegriffen, was sie da reden, weil jedes Pandir anders aussieht. Ähm, die Chancen, dass zwei Pandir gleich aussehen, beträgt eine astronomisch hohe Zahl, weil es so viele Möglichkeiten gibt, also das ist schon irgendwie eine Hochzehnzahl oder so. Und da wird man in der Regel keine zwei Pandir in seinem Leben treffen. Und daher gibt es tatsächlich Sinn, dass sie die Flecken miteinander vergleichen. Was deswegen ist ja die Aussage, dass sie am fleckigsten Sinn nicht unbedingt sinnvoller macht. Auf der Fittelsinsel in Pokémon-Ressort kannst du bis 18 Pokémon-Mits von dir lassen. Ja, ich möchte da tatsächlich auch dann gleich hingehen. Oh, 70? Professor Heinrich Eich ruft an. Äh, kein Teilstrand. Okay. Ich werde mich vielleicht gleich hinbegeben, weil ich bin ja beim Pokémon-Center. Das ist keine Geheimbasis. Das, mein Freund, ist keine Geheimbasis. Ich glaube, wir müssen ein kurzes Tutorial machen, was Geheimbasen ausmacht. Also, mit Geheim, ähm, mit Geheimkraft geöffnet. Moment. Jetzt weiß ich selbst gar nicht mehr, wie der Geheimpower mit Geheimpower geöffnet. Ist ja nicht der Fall. Daher schon mal ein Minuspunkt, das Geheimbasen angeht. Ähm, können dekoriert werden. Hier nicht der Fall. Minuspunkt. Haben wir einen PC, damit dort andere Trainers sich anmelden können, und man täglich gegen sie kämpfen kann? Ebenfalls nicht der Fall. Ähm, sind nur in Hohen und im Untergrund von Ziddo verfügbar. Ha, ebenfalls sind wir ziemlich weit weg von Hohen und Ziddo. Also, ich glaube, das ist keine Geheimbasis. Probier's nochmal, ja. Ich meine, wenn du natürlich die ersten Geheimbasten in der Lola schaffen solltest, dann würdest du dafür von mir international gefeiert werden. Aber, ich glaube, das solltest du nicht machen, indem du unter einen Wohnwagen kriegst. Auch wenn ich sagen muss, sieht hier eigentlich ganz cool aus. Also, das würde ich jetzt nicht in Abrede stellen. Ähm, achso, du musst dir erst bauen. Ah. Okay, gut, da hat mein Tutorial doch was geholfen. Zu Thema 81, Kreuzschere. Ziemlich cool wäre es, wenn meine beiden Käfer-Pokémon nicht Spezialangreifer wären. Von daher wird Kreuzschere bei mir leider ohne Nutzen vor sich hin vegetieren. Was, wie gesagt, schade ist, weil es an sich eine relativ starke Attacke ist. Physisch 80 Stärke. Kann man schon wirklich was mit anfangen, aber deshalb bräuchte ich halt wirklich ein physisches Käfer-Pokémon und da das mein einziger Doppeltyp ist und wie gesagt, meine beiden Pokémon dazu speziell sind. Äh. Dann hätte ich Akku früher benutzt, dann hättet ihr doch ein bisschen gesehen, wie ich mit Kreuzschere um die Gegend geschnitten habe, aber wie ich schon gesagt habe, das wäre dann halt auch mit dem reduzierten Angriffswesen gewesen und vielleicht nicht so cool. So, Misaka kämpft gegen ihren kleinen, äh. Oh. Gegen ihr kleines Geschwister-Teilchen, ihren kleinen Bruder. Jetzt wollte ich gerade abwarten. Das ist ein sehr guter Allsatz von Spezialverteidigung, wenn man hier gegen ein Powerhouse mit dem Spezialangriff kämpft. Da muss ich den sogar fast loben. Nicht, dass es den Einsatz dieser Item so unbedingt besser macht, aber jetzt haben wir eine valide Benutzung, es zu benutzen. Haha, okay. Da haben wir wieder Alola Slymok. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir gegen ein etwas besser aufgestelltes defensives Pokémon. Meine Flickklaue! Das fällt dir ein! Machen können. Ja gut, damit werde ich auf jeden Fall nicht vor ihm angreifen. Und daher würde ich sagen, empfiehlt sich hier ein Wechsel zu meinem, naja, Bodenpokko, was keine Bodenattacke kann. Es muss noch bis Level 45 durch. Ihr habt recht, ich gehört, Level 45, Level 42. Deswegen ist die Zahl Level 42. Oh crap. Naja, schauen wir mal. Okay, vielleicht war es vielleicht war es keine gute Idee. Ja, definitiv keine gute Idee, weil ich diese Alola-Typen noch nicht drauf habe. Ich habe keine Ahnung, was ein Zweityp ist, aber es ist eindeutig nicht nur Gift und ja, am besten lasse ich ihn hier sterben. Das ist keine schöne Sache, aber es ist das Beste, was mir gerade für den Moment eingefallen ist. Äh, okay, Stella, vielleicht... Achso, Unlicht? Ich sehe, dass es gerade psychos Wirkungslos ist. der Zweityp ist... Ah, stimmt, das hat ein Pryon-Tragit-Zeit-Typ. Und jetzt habe ich das nicht schon mal rausgefunden? Ich bin so schlecht, aber ich bin das nicht gemerkt. Na gut, mit Larki können wir zumindest das temporär regeln und ich freue mich schon, wenn ich Surfer bekomme, weil mit Stabil werde ich keine weitere Wasserattacke lernen. Ich brauche dringend etwas stärkeres als Larki, aber okay. Gut. Gut, passt soweit. Dann direkt auffeilen und ich werde sehr, sehr bald wieder den Fokus Richtung meine meines House of Doom schieben, weil, naja, alle meine Pokémons sind voll entwickelt und damit voll einsatzfähig, außer er. Er hat noch nicht mal das Moveset, was ich für ihn am Ende geplant habe, von daher muss er noch den weitesten Weg gehen und ich werde weiter versuchen, ihm die meist möglichen EP zuzuschieben, bis er dann irgendwann das Level erreicht hat, was er will, aber ja genau, er levelt 45, weil nämlich es dann Erdkräfte lernt und ansonsten müsste ich, wenn ich es entwickeln bis Level 47 weiter und ich möchte bis Level 47 warten, bis ich eigentlich meine gestärbte Bodenattacke habe. Es gibt so viele Chippen, wo Boden einfach nur episch ist zu besitzen und genau das fehlt. Das ist halt physisch und ich glaube wirklich, ich glaube mit einem neutralen Spezialangriff bin ich deutlich besser dran als mit einem physischen Angriff. Ich muss aber wirklich überlegen, was ich ihm als Ersatz geben könnte für diese beiden im Moment relativ nutzlosen Atacke. Aber Akrobate kann ich vielleicht gerade noch so behalten für den Moment, aber ansonsten und so muss ich da dringend Ersatz suchen. So, Citrobeere, Dankeschön und Sinelbeere, wunderbar, hier kommen wir zum Ulla Ulla Blumenmeer. Da erinnere ich mich dran, das hat ein sehr interessantes Design. Mar-ma-ma-re. Der Nektar, der bei Choreogel den Formwechsel auslöst, ist in jedem Blumenmeer ein anderer. Wie sehen wohl Choreogel aus, nachdem sie den Nektar der Blumen mit dem Ulla Ulla Blumenmeer geschlüpft haben? Ich glaube rot, aber ich bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher. So, wie gesagt, wenn wir jetzt direkt beim Pokémon Center sind, können wir direkt zum Kanthai-Strand fliegen. Ist jetzt kein wirklich großer Weg und ich bekomme direkt in den Nutzen von was auch immer er für mich in Petto hat. Den nur noch 30 Stück. Ähm... Was, ein Donarium? Okay, jetzt, das hätte ich tatsächlich auch zu meinem machen können. Allerdings, Moment, okay, es ist weiblich. Ja gut, dann ist es okay. Keine Ahnung, ich schicke es einfach mal in die Box. Äh, genau. Ist das jetzt eigentlich stärker? Also, es heißt nur, es ist so groß wie ein Herrscher-Pokémon. Ich nehme mal nicht an, dass es verbesserte Werte hat, weil ich glaube, sonst wäre, hätte das CP schon einen riesigen Aufschrei und hätte spezielle Sets für diese Pokémon, was Sinn ergibt. Äh, aber, deswegen denke ich mal nicht, die werden einfach etwas größer in den Kämpfen erscheinen. Sehe ich das richtig? Wäre es schön, wenn ihr mir dort eine Bestätigung geben könntet. Okay, dann gehen wir jetzt Richtung Blumenmeer. Äh, wow. Ja, das sieht nicht cool aus, oder? Du fragst dich bestimmt, was da ein Golfer mitten eines Blumenmeers macht. Ich habe aufgehört, Fragen zu stellen. Tja, wenn du dieses Rätsel lösen willst, musst du alle Trainer hier besiegen. Oh Mist, ich muss doch die Chippen auf Rote 12 besiegen. Gott verdammt. Äh, hallo? Ach, wenn das nicht Jesse ist, wo denn deswegen ist, wenn ich fragen darf? Ähm, nach Pou? Nach Pou? Da, wo diese Rüttel von Team Skull herumlungern? Diese unmögliche Taugenichtse. Sie haben nichts Besseres zu tun, als Pokémon immer mitzuspielen. Weil ich doch wüsste, wie ich diese Lumpen unter Kontrolle bringen könnte. Ich entgegen ich so persönlich alle Teile an Lodas auf, um nach dem Wohlergehen der Pokémon zu sehen. Das ist meine Aufgabe als oberster Regionalleiter. Ach, auch über das Problem mit den Kostmanns erbreche ich mir ganz allein den Kopf. Ja, ich dachte doch, das fühlt sich so fellerisch an. Würdest du nicht auch, dass jemand wie ich, der so viel engagiert ist, nichts Perfekt als Präsident eingehen würde? Ein oberster Präsident! Führer! Was rede ich da? Mein Kind! Ich meine, ich erwarte nicht, dass du verstehst, was ich damit sagen will. Bitte, Master, ich kann dir nur raten, Team Skalos wegzugehen. Ha, Führer klingt doch ganz gut. Ich glaube, das soll es dringend mal eine Therapie machen, Bro. Ähm, oh, okay. Hier ist... Ah, da! Wollte gerade sagen, hier ist doch gerade irgendwas aufgeploppt. Wollen wir es denn? Ah ja, tatsächlich, rote Choreogel. Da habe ich ja richtig gelegen. So, kriege ich das noch schöner? Jo. Okay. Aha! Ja! Oh! 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 Okay. Zwei habe ich noch. Oh ja, das war ganz nett. Das trifft eigentlich ziemlich gut. So. Jetzt war es am besten. Zweite und der dritte Glau... Das da. Eindeutig, eindeutig das da. So. Was haben wir denn von Kommen? Man könnte es wohl originell nennen. Du bist ein Profi. Ist Blumen deiner Schönheit gerecht? Die Blumen sind wunderschön. Welche Blumen? Irgendwie romantisch. Nebel. Überall Nebel. Solche Fotos kann ich ausschießen. Man findet das Wort auch toll. LG. 2318 Uhr. Warum? Ich dachte, ich schaffe einen neuen Rekord. Da schweigen wir es trotzdem mal. Ist doch so schön groß und es fliegt. Okay. Jetzt werde ich irgendwann natürlich farmen müssen, damit ich auf 100.000 hochkomme. Aber ich glaube, das würde nicht heute sein. Ich glaube, da hätten wir wenig gewonnen, wenn das heute wäre. So. kurz machen und dann den Part für heute beenden. Also nicht mehr damit, ihr seht, das gesamte Ola Ola Blumenmeer, sondern werde sie besiegen. Dann vielleicht den Sticker, äh, nicht den Sticker, sondern einfach kurz in diesem Blumenmeer vorbeischauen. Also mit Blumenmeer meine ich explizit diesen Blumenkranz, der von dem Holzbalken umschlossen wurde und dann werde ich heute aufwenden. Sonnenlicht, ich glaube, das ist der erste Wettereffekt, den wir bisher hatten. Oder hatten wir schon mal Regen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, Wettereffekte sind mehr oder weniger ziemlich marginal geworden. Und das ist vielleicht tatsächlich ein gutes Thema, worüber ich dann im nächsten Part mal sprechen könnte, die sich Wettereffekte geändert haben in der Overworld. Aber... Achso, stimmt, das verdammte Teil ist ja jetzt Fee. Ich habe mich gar nicht gewundert, warum ist dieser wirklich... Ah, stimmt, ist dieser Fee. Okay, aber... Hat trotzdem ausgereicht, starke, neutrale Attacke und damit ist sie besiegt. So. Da kriege ich sogar mal einen Part in, der keine halbe Stunde ist. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich gerade bin. So. Besiegen wir die noch, das Item holen, den Nektar holen und dann, ja. Also vorausgesagt, es kommt nicht was ganz krasses, weil jetzt bewege ich mich schon... Nein, Superball. Bewege ich mich schon in die Schwierigkeit, die mir alle am Anfang prognostiziert haben und ich finde es eigentlich ganz cool. Das würde ich manchmal weiden und mich aufregen sollte. Im Grunde finde ich es gut, dass ich mich auch ab und zu weiden und aufregen kann, also nicht falsch verstehen. So. Äh, Donnerblitz. Müsste ausreichen. Es ist nur ein Fluette. Ist jetzt nicht gerade für seine Riesen... Oh, das ist auch Felder. Felder, Kampffelder sind auch so ein ganz spezielles Thema. Aber, ich glaube, das würde jetzt tatsächlich den Rahmen sprengen. So. Auf Wiedersehen, Fluette. Aber ich finde, also ich finde die Idee von Kampffeldern finde ich wirklich gut. Vor allem, weil wir uns jetzt eben auch tatsächlich grafisch darstellen kann. Ich glaube, es wäre davor ein bisschen schwierig gewesen. So. Also holen wir uns erstmal den Nektar. Hallo? Okay. Jut. Und dann das Item hier gleich sofort. Baumwoll. Ist das auch Fee? Weiß es gerade nicht. Also, Elfwood auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob es sich zu einer Fee entwickelt. Okay, es ist jetzt schon Fee. That's good to know. Du wirst trotzdem sterben. Auf Wiedersehen. Gehe zurück in deine Baumwoll Plantage. Okay, das war jetzt fies. Sorry. Sorry. Ich wollte das nicht tun. Ähm. Hey! Ein Wiederball. Okay, danke für die Aufmerksamkeit für diese Part. Pokémon Ultrasonne, meine lieben Freunde. Wenn dir bei euch gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr abonniert, ihr werdet nichts mehr verpasst, mir auf meinen Social Media, Kaninen folgen. Wenn ihr ein bisschen sübiert, bin ich ja Patron unterstützt, damit ich weiter diese Videos produzieren kann. Dankeschön. Das war's dann von dieser Stelle. High five! Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei... Naja, eine hoffentlich entspannte Erkundung vom Ola Ola Blumenmeer. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis zum nächsten Mal.